hey leute der bei mir kommt zur nächsten folge von micro civilization wir machen weiter gleich kommt wieder irgendeine anfrage die wir machen wollen investor tribe kriegen ganz schön viel gold oder free gold im minute macht über das free gold oder aber nicht recht viel hat das hier für eine stunde das ist schon heftig also das wäre schon cool jetzt wollen wir weiter stellen wir kommen der nächste bei 3100 leuten das noch ein bisschen hin immer gleich 25 so ein schluss fertig ich mache mal hier die verbesserten das verbesserte sägewerk gar nichts so wir haben verstärkte angriffe zwei stück sogar und zwar ein schlag was aber da so ist dass er absolut absolut easy und hier machen dann machen wir erst mal so wir haben auf jeden fall noch free space das ist okay und dann können wir mal deine verkaufen jetzt ja inzwischen culture points ich kann es noch nicht machen ja wir können hier noch nicht merchen oder irgendwas machen na gut forschung geht noch recht schnell das ist okay unser gold steig wir haben free space weil wir könnten hier den boost rein klatschen aber wachsen bald nicht mehr und hier noch irgendwas machen wir mal ein dilemma mal fast ein gold pro sekunde schlecht finden das nehmen und das machen einfach gold mal gucken zwei hintereinander aber den einen haben wir eben so leicht kaputt gehauen und hier schon zwei arbeiter übrig kuckoo das wird noch fällig hier dann würde ich sagen machen wir machen wir erst mal read das ist schon heftig das ist schon heftig easy dann nochmal research bauen uns erst mal auf bevor wir hier gleich weitermachen haben noch platz wie grown alles ist wunderbar so dann machen wir 1.300 sechs holz machen wir erstmal nochmal kurz ein paar paar walls dann können wir den das verbesserte sägewerk machen mit den klicks aus ok wo sind wir eigentlich noch weit doch guck mal hier kommt jetzt die nächste phalanx ist cottage texas okay erstmal gucken wir mal das hier verbessern an deadly dann machen wir jetzt aber wirklich erst mal nur ein das fällig so 7,1 holz plus fluss 11 jetzt komme ich weniger gold machen weniger holz das ok housing haben wir noch und groben war wieder machen wir jetzt hier stein wall dieses minus 20 holz könnten wir auch mit einem trade ausgleichen aber nur 300 ich jetzt nicht verschwinden so irgendwas hier ja level 11 wer believer einzigen die wir noch haben hier ist alle wörter drei bis vier schaden mehr schaden von walls dann macht er und ein soldier das 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 ein quest noch mal kurz housing kann man das hier ruhig noch ein bisschen steigen lassen ok cool und mehr war davon freischalten umso besser dann können wir jetzt wieder rein verkaufen ich denke mal das hier machen müsste ein guter abstand sein hoffentlich gleich kommt die bahn das hier eigentlich blöcke blöcke ok easy das haben wir auch immer noch so ein rare super duper typen gegen level 6 so der macht auch super viel holz holz wir kriegen das los per klick und herrten solzern ich finde ihn da unten tatsächlich besser so unbedingt mehr freischalten hm 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 ok dann müssen wir mal ein bisschen spielen mit ich glaube da müssen wir erst noch was freischalten so dass das das machen immer noch plus und gleich haben wir das fertig ok granary aus man ok 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 steine 30 prozent risk ist ein bisschen whisky ok wir müssen uns jetzt mal aufladen auf 430 macht schaden und blockt ein bis zwei noch am wachsen ich komme die nächsten barbaren eigentlich schaffen die lütt die hier mit den bauern Oh, no. Oh, no. Oh, no. So, dann holen wir uns nochmal Research. Mm-hmm. Oh, no. Oh, no. Können wir das hier machen? Dilemma. Dann bauen wir noch ein paar Röserchen. Mm-hmm. Mm-hmm. Das hier. Very... Reach 3000. Okay. Wir haben keinen Free Space. Wir haben auch ein Shortage. Das ist einmalig. Passiver Effekt. Existent für einen Arbeiter. Ja. Da hätten wir auf jeden Fall sehr viel Stein auf einmal. Mm-hmm. Erst 50 Leute gestorben. Ich finde das gut. Und zack. Die Klickrate runter machen. Mm-hm, mm-hm, mm-hm. wie sie so das wird ja da können wir auf jeden fall jetzt mal wieder wachsen aber nicht das weg machen das dann trotzdem noch acht prozent schadet automatisch das ist geil das können wir auch mal wieder an machen wir steigen jetzt auf jeden fall mal wieder dann machen wir noch vorher das wheel jetzt haben wir ja die granary mehr soldaten das ist krass musste aber jemand rein dass die frage also ich habe arbeiter johann gold ein archer weniger jeden fall das ist ja gar nix der charakter sowieso automatisch und jetzt machen wir auf 45 prozent risk das ist hart dann machen wir erst mal das aber das muss man mit durchgehen hier wir brauchen das ding 40 prozent ist schon heftig so in redstone dann kriegen wir das hier um einmal stein zu kriegen 850 11 40 krass auch mal nicht wir brauchen häuser erstmal kurz aber wir kriegen gerade 18 das ist heftig ich muss warten dass hier eine krise kommt die krisen sind mal am schlimmsten gleich steine dann machen wir steine verkaufen auch schon ist gleich wieder alle der trade schon alle dann haben wir uns wieder neu dann machen wir jetzt hoffen jetzt geht es ja los 1550 prozent risk was würde halt dann hier die baracken nach höhen das ist das ist wirf wir kurz warten schon mal minus okay okay das ist das kann ich die baracken nach höhen das ist ja das ist das das ist das 900 häuser kriegen ja ja warte mal wollen wir holz haben was kann man hier noch machen können wir jetzt auch sagen mehr holz das doch so dann ist hier wirklich vorbei dann haben wir die krise naja wir müssen kurz warten machen wir mal gut fortschritt jetzt machen wir gleich unserer und das verbessern oder wir kriegen noch eine einheit dazu das kann auch sein horsemen so bronx barracks library ob der kummer hier ist a fortune machen wir mal das horsemen der woche eisen haben wir noch gar nichts also mini mini weisen haben wir noch gar nicht war noch dann haben wir es ein 60 prozent wir kriegen noch einen punkt weiß aber wir haben ein bisschen was freischalten denke ich mal a preising war gut schaden stonewall dann kommt der hausmann wir haben noch genug platz für wohnungen ein bisschen kann man auch nicht noch bauen und einmal das machen schon starten war wieder hier wir können aber schweden das darf man nicht so viel und dann haben wir hier noch unsere mammuts wo ein bisschen was kriegen aussieht ist dann kommen die mammuts ohne es muss vorbeigehen please mammut action gleich wir können das und das machen wo er hielt es vorbei wo ist darben das muss aufpassen noch mal ein bisschen mehr leute verloren texas bronze auch hier das ist cool steiner ok das gibt es doch nicht noch eine krise erst mal alles vorbei aber wir kriegen jetzt hier das ding und dann machen wir hier gleich den nächsten mammut kurz mal sammeln kollekt noch nichts gemacht machen wir erst mal das wir steigen 2000 wird aber eine flicht und die einmalig oder wieder an arbeiter machen wir schnell hier die das immer machen also ein bisschen anders okay machen wir mal das jetzt machen wir leider wieder miese hier ist er weiter to gain research boost noch ein free space so ein horsemann wäre schon cool wir sehen was der macht das bestimmt hier drin danach gibt es taxes das wird den leuten bestimmt nicht gefallen mein neues haus workshop cool und hier noch was bräuchte man hier noch ein arbeiter oder leider zu viel miese aber gleich kommen die neuen mammuts wir haben fast 2000 da könnte man nicht hier die trade gut aufmachen das mal machen eine stunde spaß und groen war viel spaß oder mal den horse mit einer nur 119 das ist ja easy die nächsten holen so dann können wir jetzt ein bisschen grown haben super viel free space das kann man nutzen auch schon nach und dann die store wo schaffen wir hier nur die 3000 dann machen wir das noch ein bisschen mehr kohle wieder wir können auch den research baff gebrauchen so dann machen wir das ist mir ein bisschen zu risky mal leute das glaube ich kriegen wir hin hier sollten eigentlich super easy sein texas ab geht's camp mint hier mehr walls machen easy wo wir brauchen free space wo ist das workshops so free space zack und stonewall 3000 leute wir können das noch machen das lädt ja noch auf die horseman okay grown immer noch haben wir machen ein bisschen vorsichtig was los 20 jahren und gleich kommt die bau bahn und gleich weiter wir sind super stark oli so unsere typen verbessern wir sind eigentlich super stark machen wir mal die windmühle und so jetzt machen wir erstmal die archer wieder voll dann die steinbohren und dann noch mal die archers schon sind wir wieder prepared okay kann man ja ruhig den nächsten holen häuser haben wir genug dann können wir das und das machen und das und das dann können wir hier wieder research boosten okay so läuft doch noch mal gucken wir hier noch jetzt mal die wieder voll die wahl wir haben immer noch unsere horsemen dann machen wir ich mach das und jetzt kann man hier die windmühle machen mal gucken ob das dann hier auch wieder steigt 3.000 gold das dauert glaube ich noch ein bisschen da ist die windmühle glatte machen wir voll kauf mal stein wir sind jetzt wieder bei 17 durch die windmühle ohne plus 36 gras okay gleich kommen die nächsten barbaren aber ist easy kann man gleich die nächsten nehmen ab geht's füllen das hier wieder auf ich denke mal da wüssten wir einen guten bonus hier kriegen wir mal aufsteigen stonewall jetzt kriegen wir ja noch die besseren machen jetzt auch von den steinen her eigentlich ganz gut aber ich glaube jetzt brauchen wir eisen bei denen machen wir mal das machen wir mal das doch holz immer noch ok jetzt können wir die hier einnehmen noch ein paar häuser und dann machen wir das 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 und das und das wir steigen ziemlich stark immer noch die horsemen ok wir haben absolut null chance die typen so ein paar mehr häuserchen dann bauen wir die wieder auf cottage research baff noch mal älter den können wir jetzt tauschen und er ist nur elite und der sogar level 14 übelst viel produktion das war kein stun aber das ist ja übelst krass aber 62 ach du scheiße jetzt steigen wir hier aber komplett nach oben da muss man jetzt auf unseren free space hier aufpassen holi ja das ist okay wir brauchen jetzt ganz viel häuser erstmal so machen 500 sollte erst mal reichen ein paar walls bauen so unsere forschung natürlich auch super schnell je mehr leute wir haben und ist der nächste arbeit 10.000 alles klar so verlangs lexmiff er wird bestimmt das machen wir jetzt hier noch blacksmith ist es und hier können wir jetzt das bauen noch mehr steine können noch mehr leute darin wohnen naja ich glaube jetzt geht's ganz schnell hier und hier leider gleich alle mal kurz ein bisschen sparen das sollte erst mal reichen an häusern keine chance die typen nur noch ein paar walls das kann runter der run ist wirklich relativ smooth bis jetzt ich hoffe wir haben ein paar pünktchen gemacht theater danach und der bringt uns ziemlich viel von dem schritt das heißt wir können jetzt das hier auf die letzte stage bringen die alle durch haben ich weiß nicht was ihm zeug machen soll kann nichts machen wir steigen immer noch aber wir brauchen das oder eine hero hat er alles kaputt gemacht ja krass so dass das auch ein bisschen wenig gold ab 10.000 das schon hätte ich hier noch ein paar und dann kann man das machen und hier korruption 25 der korruption machen wir erstmal den blacksmith immer korruption option ist wenn man die dann bekommt dass die negativen trade haben mhm interesting mhm machen wir mal das 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 die steine hier gleich es fehlt nicht mehr viel dann haben wir es hier geschafft und können wieder aufsteigen so um und noch häuser machen wir mal das hier was wir haben haben wir so gleich kommen die ganzen barbaren hintereinander weg ja 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 ich hoffe ich habe mich da nicht verhoben wir machen jetzt auch wieder übelst miese aber gleich machen wir wieder plus marktplatz wo wenn wir die aber haben können wir alle konvertieren aber einfach sinnlos jetzt noch so und dann nehmen wir jetzt mal die horsemen oh das reicht nicht in combat au au bild euch ein was haben wir da abbekommen ähm super wachstum und dann machen wir das hier und free farmlands ok alles wir haben kein space äh das wir brauchen mal kurz ein paar neue häuschen und das lassen wir jetzt aber erstmal und versuchen jetzt mal noch ein ticken zu wachsen wir machen und nicht viel ähm steine brauchen wir ne und zack und zack dann müssen wir uns jetzt aber erstmal kurz ein bisschen machen wir uns jetzt erstmal kurz zu fangen das kann man reduzieren dann nehmen oh verdrückt oh fuck das war ein bisschen ich wollte ähm die forschung machen aber aber da habe ich mich ein bisschen verdrückt und eigentlich hätten wir auf die 2000 warten sollen nochmal einen punkt gegeben bestimmt guck mal wie heute ist noch runter geht ja aber die 10.000 noch schaffen wir sie nicht mal kurz den klickrad runter lassen hier das machen auch vorbereiten dann würde ich aber sagen machen wir hier das ding jetzt hier durch und die stonewalls fertig kriegen oh wir haben jetzt hier sogar viel von dem eisen nooo müssen wir auf jeden fall schnell hier die horsemen benutzen ja kein ding nooo you've grown so fast a du fartest du bist super von denen ja schon wieder das willen zu wissen bisschen over klickt lassen wir kurz runter gleich kommen die ding Wir wollen auf jeden Fall ihn hier benutzen. Und BÄM. So, dann machen wir kurz das hier. We've grown so hard. Äh, Horseman. Wo wir grad noch so viel machen hier. Oh. Der Horseman. Okay. Great Slave Revolve. Okay. Ich will kurz das machen. Und dann gehen wir wieder auf die Horseman. Und dann BÄM. 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 Ich glaub, die... Das hier sind wir schneller, glaub ich. Wohl, halt. Eine Wall haben wir noch. Und... Einmal noch. BÄM. BÄM. Price is over. Schnell mal noch Collecten hier. Oh, Level 15. Super viel. Mehr Damage. Blumber Mill. Nehmen wir. So. Next Reward. Hier, guck mal. Hier können wir sehen, wie viele Rewards. Next Reward. SB45. Workshop Levels. Noch ein bisschen mehr Gold kriegen. Gold, Gold, Gold. Machen wir mal das hier. Oder Camp Freespace. Ähm... Wo wir noch ein paar Pünktchen kriegen können. Wir machen aber auf jeden Fall gleich einen Cut. Oh, wir sind schon... Ups. Bei einer Stunde. Hupsala. Na, ich glaub denn das senden wir hier gleich. Ähm... Schaff ich noch 1000 Gold? Das ist die Frage. Das ist das. Das... Das... Oh, wir klicken hier ein bisschen, aber okay. Das ist das. Klicken hier ein bisschen, aber okay. ab und mir runter das ist da so dann wäre eigentlich nur steine verkaufen dran und hier mal noch ein paar so und jetzt steine verkaufen doppelt wir haben es gleich hier noch irgendwas nehmen wo gold kriegen das war noch kurz ab und dann perfekt so dann immer noch ein paar pünktchen aber hier kriegt kein von diesen super punkten keine ahnung was es ist aber wir gehen rein es gibt auf jeden Fall ein paar pünktchen so extra bürger wir unlocken auf jeden fall medieval auch mal hier kommt renaissance industrie modern und keine ahnung was etwa ab in den common heroes also machen wir auf jeden fall medieval mehr research per generation oder ein extra worker das kostet ganz schön viel 5 start gold kann auch einen ganz schönen boost geben wir machen mal das jetzt hier so so und dann machen wir auf jeden Fall erstmal einen cut weil wir sind weit drüber und da ich gepennt ja ok ich hoffe euch hat es dir erstmal gefallen die Folge etwas länger geworden und wir gucken auf jeden Fall nochmal an was jetzt medieval uns bringt hier und wie gesagt das game hat was das hero menü gefällt mir noch nicht so ganz mit dem also ich habe jetzt so viel von denen ich muss irgendwas mit den alten machen tauschen einlösen von mir aus gegen gold tauschen was weiß ich aber irgendwas muss man machen können das muss man aber scheinbar erst freischalten und das ist ein bisschen langwierig mal gucken ja wir wurden uns aber gucken auf jeden Fall noch die nächste Ära an und ich bedanke mich aber fürs zugucken wenn es euch gefällt lasst ein Like oder ein Abo da da würde ich mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal tschü tschü